Ja, hab jetzt letztens mal so ein bisschen rumgestilbert bei YouTube und da auch so ein Video gefunden von jemandem etwas höheren Alters, der ein sehr simples Stück der Gitarre vorgestellt hat. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es von ihm selber ist oder von einer anderen Band übernommen. Alles in allem habe ich es auch spielen gelernt und fand das allerdings nach einer Zeit zu fade, hab dann ein bisschen was ein Jahr draus gemacht. Naja, im Endeffekt kam das hier wieder raus. Das war's auch schon. Also, das war's auch schon. Untertitelung des ZDF, 2020